Unser Stammbaum heißt ein bekanntes Lied von den Blackfuss. Da wird sehr schön die Herkunft der Kölner besungen. Die einen stammen von den Römern ab, die anderen kamen mit Napoleon aus Frankreich nach Köln. Wieder andere haben ihre Wurzeln in Italien gehabt oder in der Türkei oder in Polen. Die Idee des Liedes ist nicht, eine vollständige Genealogie zu geben, sondern deutlich zu machen, unterschiedliche Wurzeln sind für ein gutes Zusammenleben kein Problem. Von Jesus gibt es auch einen Stammbaum, der heute bei der Messe als Evangelium vorgelesen wird. Auch der Evangelist Matthäus, der diesen Stammbaum verfasst hat, hat kein Interesse an einer vollständigen Wiedergabe historischer Wirklichkeit. Er möchte zeigen, in Jesus hat sich die Verheißung erfüllt, dass der Messias kommt. Darum nennt er viele Namen, die auf diese Verheißung gehofft haben. Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Rebekah, Rahab, David, König Salomo, Ruth bis hin zu Maria und Josef. Interessant ist, dass hier nicht nur Menschen aufgezählt werden, die vorbildlich gelebt haben, sondern auch welche, die Fehler und Schwächen hatten. Jakob hat zum Beispiel seinen Bruder betrogen. Von David wissen wir, dass er fremdgegangen ist und den Mann seiner Geliebten umbringen ließ. Rahab war eine Prostituierte. Der Stammbaum, in dem sich eine 2000 Jahre alte Geschichte wiederfindet, ist Zeichen für Gottes Treue, selbst wenn Menschen untreu werden. Durch alle Schwächen und Niederungen hindurch bleibt Gott treu und sendet Jesus als den verheißenen Messias. Dafür, dass Gott dir und mir auch so treu ist und uns an Weihnachten unseren persönlichen Helfer schickt, dafür danke ich heute im Nachtgebet, 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. .